Hier seht ihr eine der schönen Münzen der DDR. 5 Mark von 1985 zum 225. Todestag von Karoline Neuber. Die Münze hat eine Auflage von nur 51.825 Exemplaren und zeigt die Vertreibung des Harlequins von der Sprechbühne durch die Neuberin. Karoline Neuber lebte vom 9. März 1697 bis zum 30. November 1760. Sie war Schauspielerin und Theaterleiterin und war maßgeblich an der Erneuerung des Deutschen Theaters beteiligt. Der Entwurf der Münze stammt vom Ehepaar Hoyer.